Die muss auf jeden Fall schwarz, Matsch schwarz, wenn das nicht mal irre geil jetzt aussieht, zumindest schon mal. Räder, beide Achsen. Ah, wenn ja schon, denn schon, ne? Felgengröße, normal, alter. Nicht so hoch, haha, wie wenn das aussieht, so. Naja, das passt nämlich nicht zu der Karre. Naja, ich hole mir später noch meine eigene, um besser zu sein. Aber erstmal haben wir die hier übernehmen. So, und los geht's. Mit fresh getunter Karre hier. Bleh. Die sieht doch zumindest mal ein bisschen stylischer aus hier. Haha, wie behindert. Oh, 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 oh. Loll. Hat Glück, dass wir verstärkt haben. Ich drängel mich mal durch. Boah, Macker. Ich kann den Senner jetzt nicht ändern. Boah, wie behindert. Wie behindert, ey. Da ist er doch. Ja, hört ihr bloß mal auf zu singen hier. Meine Güte, noch eins. Oberkörper, okay. Jawohl, ich will BH haben, Junge. Oh, zack. Oberkörper. Ne, ich will mal hier was vernünftiges haben. Tricks. Bombayacke. Was haben wir hier denn noch? Boah, scheiß, die waren dann ist das hier viel. Leck mich am Arsch. Ne, ich glaube, ich nehme das, was ziemlich ganz oben war. Das gefiel mir eigentlich noch mit am besten. Das passt ja da so ziemlich gut zu. Das. Zweitfarbe. Ich kann vielleicht nochmal so einen gelben Ton nehmen. Ich weiß nicht, weiß. Ich glaube, das sieht geil aus. So, mehr brauche ich nicht. Übernehmen, ja. Nur damit ich hier nicht halb nackt rumlaufe. Oh, ich glaube, wir wollen mich ärgern. Oh, komm jetzt, was machen wir uns noch gleich mal. Lol. Oh. Da ist immer ein bisschen angepisst, habe ich so das Gefühl. Kleiner Pisser. Wo ist der Pisser? Wo ist der Pisser? Da ist er. So, das dürfte es mit ihm gewesen sein. So, und jetzt kriege ich gerade noch ein bisschen auf die Fresse hier. So, wir haben den dicken Ömmel da. Aua. Oh, das kostet Leben, das kostet Leben, das kostet Leben. Aua, 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 aua. Und ich weiß nicht mehr, wie man sich healen kann. Oder hielte man sich mit der Zeit? Ja, man hielte sich mit der Zeit. Oh, Alter. Bam. Aua, 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 aua. Not nice. Wie die so schön sagen würden, da. Not nice. Hui. Jaja, schön, dass ONA dort spielt. Realm of the mud, Gott. Eines der bescheuertsten Spiele, wie ich finde, was gar kein Mensch braucht. Ihr seid ja jetzt hoffentlich nicht gegen uns, oder? Boah, Junge. Mach dich doch nicht selbst so unglücklich. Boah, wie du mir auf den Sack gehst, ne? Das kannst du dir nicht vorstellen, wa? Wo ist denn der Pisser jetzt? Da. Zack und tschüss. Ja, ich kann grad nicht telefonen. So, zumindest schon mal kein nerviger Heli mehr. Na, haben wir uns halt eingeklemmt in der Ecke. Hier, Lappen. Lol, noch ein Heli. Wollt ihr mich eigentlich natzen? Weißt du, da hat man gerade einen weg, ne? Kommt schon der nächste hier, wa? Das ist doch echt, das ist doch Brichreiz bei. Ach, wir sollen hier schon längst weg. Und ich pümmel hier wieder rum, ey. Verpiss dich, du kannst mal nach Hause gehen. Ich hab' gesagt, du kannst nach Hause gehen. Komm schon, fangt mich. Die Sterne sind im Übrigen für die Banden und die Abzeichen unten, die sind für Polizei. Falls sich das irgendjemand gefragt hat, mal. Boah, Leute, ich kann grad nicht. Alter, verjert sich das Taxi beschissen. Oh, leck mich doch am Nüsschen, ey. Meine Fresse. Muss der Gott mal rückwärts ausparken hier, wa? Boah, die wollten doch alle natzen, oder was? Aua, scheiße. Da sind wir in die Luft geflogen. Ich glaub, da kann ich auch mal kurz auf mein Handy prüfen. So, was denn? Bla, 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 bla. Tschüss. Erneut von Checkpoint beginnen. Ups. Ups. Aua, aua, scheiße. Aua, 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 aua. Tschüss, ihr Noten. Komm rein, da. Ach, komm schon, Leute. Fahr einfach mal hier lang jetzt. Oh, lol. Wir blöden Bullen, Alter. Hier komm ich noch einmal. Durch die Mitte. Die Mucke passt ja jetzt mal wenigstens. Oh, kein, das kann der Drift war. Könnte mich mal hier klappen. Lass mich in mein Haus rein. Jetzt mach doch das scheiß Ding auf. Nein. Nein. Meine Güte noch eins, Alter. Ohne Spaß, wa? Komm in meine Hood rein, Junge. Hier ist chillig. Jawoll. Steelport. Ich komme. Geschafft. Oh, das passt sogar ganz gut von der Zeit her. Oh, geil, 6000. Respekt, Stufe 3. Bäh, es. So. Speichervorgang. Ja. Bedienungs Speichervorgang. Und so verabschiede ich mich für die erste Aufnahme. Saints Row the Third. Und sage, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Und so verabschiede ich mich für die erste Aufnahme. Vielen Dank.